Hallo, jetzt zeige ich Ihnen diese Drillzahler-Hageless. Ich wünsche diese Drillenz, wenn diese Geschwindigkeit wird langsam, langsam, langsam. Diese ist der für vorwärts- und ruhig-wärts-Zui-Stopp-Funktion. Jetzt zeige ich Ihnen. Jetzt der Motor stoppt. Und wenn ich diese andere Richtung drücke, Motor wird anders Richtung anderes. Lauf. Für diese Projekte haben wir andere Grauses. Sie können in unserer Webseite schauen. Danke für die Verstehung. Ciao.